Weiß ihr davon? Das zeig ich ihr besser. Max? Was machst du? Lucas, das ist nicht... Sag es ihr nicht. Was? Du darfst das Safi nicht schicken. Lass mich erklären. Bitte. Catherine, meine Ex-Frau rief mich gestern an. Stocksauer, weil Robbie, unser Sohn, ihr Dinge erzählt hat, die ich angeblich zu ihm gesagt habe. Aber ich hab... Ich meine, ich könnte nie... Der Mist, den ich zu ihm gesagt haben soll... Der Gedanke macht mich ganz krank. Könnte deine Ex vielleicht übertrieben haben, um dich zu verletzen? Sie ist... Schwierig. Aber sie liebt unseren Sohn so wie ich. Sie würde ihn nie so benutzen. Er hat ihr gesagt, ich würde ihm die Schuld an der Scheidung geben. Und das ist noch lange nicht das Verrückteste, was ich gesagt haben soll. Das erklärt aber nicht die einstweilige Verfügung. Ich war an dem Abend gar nicht da, Max. Aber irgendwer hat das meinem Sohn eingeredet. Und du glaubst, das war Safi? Hör zu. Safi hat mal gedroht, Robbie gegen mich aufzubringen. Ich weiß, dass sie es könnte. Moment. Warum würde Robbie Safi vertrauen? Kennt er sie denn überhaupt? Sie war mal unsere Babysitterin. Und Robbie... ...hat sie vergöttert. Und nichts davon hat, damit zu tun, was mit Safis Auto passiert ist? Was war mit ihrem Auto? Vergiss es. Ist egal. Hör mal. Ihr seid Freunde. Ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu glauben statt ihr, aber... Gib mir die Chance, den Mist zu organisieren, ohne... ...dass sie dazwischen funkt. Ich will nur, dass mein Junge so etwas nie wieder hören muss. Das könnte alles gelogen sein. Eine Verleumdungskampagne gegen Safi. Aber... ...was wenn nicht? Oh, ich weiß es nicht. Moment. Oh. Oh Gott. Es könnte wichtig sein, dass wir es ihr schicken. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dem... Oh, wir sind ihre Freundin. Oh Gott. Du hast recht. Ich habe keinen Grund, dir mehr zu glauben als ihr. Haben wir es geschickt, ne? Du bist kein so guter Mensch, wie du vorgibst. Caulfield. Du und Safi verdient einander. Würde ich doch hoffen. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Ich denke, ich habe alles aus Lukas herausgeholt. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, ob das so gut war gerade. Hoffentlich ist Sven wieder an seinem Schreibtisch. Ich habe noch Fragen für ihn. Ich weiß auch nicht. Im anderen Durchgang müssen wir es halt anders machen, ne? Um heutzutage eine Telefonzelle zu finden, braucht man eine Zeitmaschine. Oh, jemand hat einen Kuscheltel. Oh Gott. Einzweilige Verfügung. Ah, hier. Eine ganze Ein... Jesus, reiß dich so zusammen, Colmenero. Also vertrau mir, ich werde mich auf meine eigene Weise drum kümmern. Es wird Zeit, Vinn wegen der Windschutzscheibe auf den Zahn zu erfüllen. Hi Mama, kannst du mich hören? Nein, ich reich bloß Papier. Hier ist auch irgend so ein... ...Türs. Ah. Ist das die Visitenkarte des Therapeuten? Wie könnten so einige in der anderen Welt gebrochen? Stand für Stressabbau. Vinn weiß zu viel darüber, was mit Safis Auto passiert ist. Zeit wegen des Kuhschädels bei ihm vorbeizuschauen. Oh, was entferne ich denn? Ach, den Schnäuzer. Dankeschön. Unhöflich. Ob Safis Buch hier zu finden sein wird, wenn es erst mal veröffentlicht ist? Oh, hier brennt auch das Feuer im Kamin. Gemütlich. Die Erstsemester sind rastlos. Alles wieder normal. Ich werde dich Pauline nennen. Wurdest du kürzlich gegossen, Pauline? Ja, Pauline. Wurdest du kürzlich gegossen? Ich will auch eine Büste sein. Wie wird man eine Büste? Kennen wir schon... Ah, da ist noch einer. Oder? Ja. Ja. Alles Streiche entfernt. Oh, ich dachte, ich kriege jetzt ein Achievement. Achievement? Ehrlich gesagt. Nur deswegen habe ich das gemacht. Ich kriege jetzt hier irgendwas. Sie starrt Löcher in Jesmins Porträt. Aber warum? Ich sollte rüber zur Verwaltung und Antworten aus Winn herauslocken. Ihre Augen scheinen einem überall hinzufolgen. Das ist schön und gut, aber nebenan gibt es ein echtes Café. Winn hat sein Handy wohl gefunden. Hey! Du hast es gefunden! Nicht schlecht? Max! Sorry, das wollte ich nicht. Hast Glück gehabt, es so schnell zu finden. Oh, stimmt. Ja. Ich bin so ein Idiot. Es lag auf meinem Schreibtisch. Heute ist einfach so ein Tag. Ja. Ist was mit deinem Handy passiert, während das verschollen war? Hä? Oh, äh, nein. Alles gut. Ich krieg's bloß nicht entsperrt. Scheiße. Nochmal falsch und das war's. Ich bin noch extrem verkatert. Du hast Glück, dass ich noch weiß, wer du bist. Auf dem Hof ging es dir noch gut? Meine Pin ist das Jahr, in dem ein alter Zauberei-Wissenschaftler gestorben ist. Hab sie vergessen. Zauberei-Wissenschaftler? Abraxas-Scheiß. Ich dachte damals, es sei cool. Kannst du... Ich weiß nicht. Ähm... Bin grad nicht in Form. Okay. Vin verheimlicht definitiv etwas. In sein Handy zu kommen, ist meine beste Option herauszufinden, was. Zu verkatert, um seine PIN zu wissen? Hilfe. Gut, dass ich noch ein Vin kenne. Natürlich weiß ich, was sie da tun. Meine Trauer beeinträchtigt nicht mein Gehirn. Die sehen so aus, als sollten sie in einem Aktenordner sein. Uh. Da hat wohl jemand eine Flughafen-Lounge ausgeraubt. Wir fühlen uns alle manchmal etwas kaputt. Okay. Gut, Vin. Oh. Ich kann den Schnappschuss machen? Irgendeiner. Oder so ähnlich. Oh Gott, wie erschrocken er ist. Oh. Oh, mein Licht hat gerade gewackelt. Du bist's bloß. Fündet eine Vanillekerze an. Was kann ich für dich tun? Sag mal, kippst du Whisky in deinen Kaffee? Ja. Hat das einen bestimmten Grund? Die Welt ist scheiße, etc., etc. Auch einen? Wie viele von denen hattest du schon? Oh, frag besser nicht nach. Geht es um Safi? Safi, 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 Safi. Alles dreht sich derzeit um Safi. Hierbei geht es nicht um Safi. Max, das... ist zwischen uns. Okay. Komm schon. Verbotenes Betrinken mit Kollegen... ist sexy. Sei sexy, Max. Mir ist grad nicht nach sexy, danke. Buh... Hey, äh... Vin? Kann ich dich vielleicht mal etwas seltsames fragen? Ich mach nichts mit Füßen. Verdammt! Tja, das war's mit meinen Plänen. Vin schuldet mir noch einen Gefallen. Ich hab eine Frage. Weißt du zufällig etwas über... einen toten Zauberei-Wissenschaftler? Jack Parsons? Okkulter Weltraum-Wissenschaftler? Oh, ja, vielleicht. Was ist mit dem? Eigentlich nichts, nur... Wurde ermordet. Genau wie JFK. Oh. Und in... welchem Jahr ist das passiert? Hey. Noch mehr Fragen und ich stelle es dir in Rechnung. Ja. Klar. Natürlich. Jack Parsons. Es muss hier irgendwo ein Buch über ihn geben. Ich geh da hoch, auch ohne dich. Ich muss es selbst sehen. Okay, Enzyklopädie. Hast du einen okkulten Raketenwissenschaftler für mich? Ist das dein Ernst? Okay. Kein Jack Parsons hier. Muss ich es dir erklären? Das beschreibt jedes paranormale Phänomen, das ist... Jack Parsons war ein sonderbarer Raketenwissenschaftler. Jack... Hm. Komm schon. Zeig mir Jack... Das ist die vierte... Jack Parsons. Ich bin sicher. Mein Win meinte... Jack Parsons. Jack Parsons sei ein Okkultist. Jack Parsons. 1952. 1952. Dankeschön. Ich weiß nicht wirklich, wie man die liest, aber mir gefällt nicht, wie die Turmkarte aussieht. Finnmark ist also schwarz. Wow, Jasmine hat ihren ganzen Kalender für Gwens Disziplinarverfahren gelehrt? Wahnsinn. Oh, niedlicher kleiner Kerl. Huh. Dieser hier ist nicht kaputt. Er hat einen Theaterpreis gewonnen. Schock. 15, 52. Hoffentlich stimmt die PIN. Ach, macht sie automatisch. Okay. Ach, geschafft. Sorry, Wynn. Ich weiß, das ist ein übler Missbrauch meiner Kräfte. Aber ich muss wissen, ob du was damit zu tun hattest. Essen. Essen. Selfie. Selfie. Selfie ohne Hemd. Selfie. 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 Viele Bilder von Selfie. Ich dachte nicht, dass sie sich nahestanden. Oh mein Gott. Wow. Wow. So nah standet ihr euch. Na hoppala. Wer warst du überhaupt, Selfie? Ich dachte echt, ich könnte helfen. Ein bisschen rumschnüffeln, rausfinden, wer es auf Safie abgesehen hat und schwuppdiwupp Pfeil gelöst, oder? Wofür sonst sind meine Kräfte zurückgekehrt? Wie dumm. Jetzt habe ich noch mehr Fragen als am Anfang. Lukas und seine einstweilige Verfügung. Bin und Safis Affäre. Gwen ruiniert Safis Buchveröffentlichung. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht mal mit dir darüber reden. Ich werde dich nicht retten können. Wie damals. Was immer ich tue, es wird schlimmer werden, als ich es mir vorstellen kann. Verdammt, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht atmen. Lass ihm etwas Platz. Bleib zurück. Er hat eine Panikattacke oder so. Scheiße, ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich da oben gesehen habe. Okay. Eine Autoritätsperson ist hier. Oder so. Kein Grund zur Sorge. Machen wir ihm etwas Platz. Könntest du ihm etwas Wasser besorgen? Nein. Alles okay, Reggie? Alles okay? Fuck. Nach dem, was ich da oben gesehen habe. Reggie, wo oben? Der verfickte Aussichtspunkt. Ja, ich weiß. Ich hatte da nichts zu suchen. Ich bin ein verdammter Idiot. Was? Ist okay. Ich bin nicht sauer. Ich will bloß wissen, was du da oben gemacht hast. Weißt du noch dein Seminar? Wir sollten Fotos von etwas machen, das uns Angst einjagt. Na dann. Eins fürs Befolgen der Anweisungen. Gut. Erzählst du mir, was du gesehen hast? Ich glaub mich selbst. Ein anderes Ich. Er lief rum, versuchte die Rätselbox zu öffnen, die ich dir gegeben hab. Weißt du noch? Und was wollte dieses andere du? Ich hab doch nicht mit ihm geredet. Ich bin weggelaufen, Max. Hast du noch jemandem gesagt, was du gesehen hast? Hast du... Loretta. Danke. Bringst du Reggie bitte zur Krankenstation? Ja, Miss Caulfield. Wir sehen uns dann später? Kümmere dich einfach um ihn, okay? Danke, Max. Zeit, wieder da hoch zu gehen. Ich kann das. Ihr würd mich nicht einfach vorbeilassen, oder? Hm. Wie ist es? Wie ist es? Ja, das war's.